Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, im Namen der Revolutionären Arbeiterpartei MEPD begrüße ich auch heute euch herzlich hier bei eurer Protestkundgebung, insbesondere gegen die Politik der deutschen Bundesregierung. Wie die Vorrednerin schon gesagt hat, ist heute in den deutschen Medien bekannt geworden, dass entgegen den Behauptungen des früheren Außenministers Gabriel die Rüstungsexporte in die Türkei nicht nur nicht gestoppt worden sind, sie sind seit Beginn des Krieges und der Aggression der Türkei in Afrin sogar gesteigert worden. Dies erregt auch die deutsche Öffentlichkeit, die im Mehrheit kritisch gegen die Politik Erdogans entsprechend eingestellt ist. Es ist schlichtweg ein Skandal, dass Deutschland und diese Regierung entsprechend noch mehr Waffen liefert, nicht Raketen, Transport, LKWs und so weiter. Die Türkei begründet es, dass es angeblich ein NATO-Bündnisfall sei, dass sie angegriffen worden sei. Das ist alles eine Lüge, eine schmutzige Lüge ist das. Wir müssen unsere Stimmen noch lauter erheben. Die Solidarität mit dem Widerstand in Afrin muss und wird sich in der ganzen Welt noch weiter verbreiten. Davon bin ich überzeugt. Heute hat der Sprecher von Erdogan zu dem erklärt, dass sie keineswegs die Absicht haben, die eroberten Gebiete in Nordsyrien wieder an die syrische Regierung zurückzugeben, sondern dies sich der Türkei entsprechend einverleiben zu wollen. Das ist eine klare Aussage. Wir wussten es vorher, aber dass es jetzt offiziell so gesagt wird, wird auch die Kritik an dieser faschistischen Aggression entsprechend zunehmen lassen. Die IK und der Internationale Bund der Völker, IAPS, hat beschlossen, am Nevros-Tag, am 21. März, auf der ganzen Welt einen Weltaktionstag, Afrin wird leben, zu organisieren. In Deutschland werden wir das in 50 bis 70 Städte machen. Und das wird auch in Berlin organisiert. Und dazu lade ich euch herzlich ein, es findet eine Kundgebung und Demonstration am 21. März, ausgehend vom Uranienplatz statt. Heute organisieren wir gemeinsam mit kurdischen Freunden ein internationalistisches Validaritätskonzert Afrin muss leben, in der Einrichtung SO36 in der Oranienstraße 190. Also, es kommt auch das kurdische Fernsehen und es ist ein internationalistisches Programm mit Sängern und Musikgruppen nicht nur kurdischer Art, sondern auch palästinensische Freunde von afghanischen Musikern und auch eine deutsche Musikgruppe. Also, ihr seid herzlich eingeladen, das beginnt um 19 Uhr im SO36 in der Oranienstraße 190. Ich kann euch versichern, wir werden auch in den nächsten Tagen und Wochen an eurer Seite stehen und ihr werdet noch sichtbarer unsere Solidarität entsprechend auch sichtbar erkennen. In diesem Sinne möchte ich sagen, ich grüße euch nochmals hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität.